ok und geht gleich weiter mit dem nächsten spitzenspiel und zwar gegen bayern aber die spänen wir daheim pass auf die spänen wohnig spänen die in blau und heute ist mascherana nicht fit dafür und adler das heißt er geht runter dickmeier aussehen und sissoko wird auch wieder fit den tue allerdings auf die ersatzbank erst einmal dick das taugt schon so Okay, der HSV daheim. Und zwar gegen die Bayern. Und ich habe mir in der Tabelle geschaut, die sind zwei Punkte vor uns. Die haben 40 Punkte und wir haben 38. Und auf Dortmund haben wir zwei Punkte Vorsprung. Wir haben nämlich 36. Jetzt hat es, wenn wir gewinnen, der Bärster sein. Das hat eine Sensation. Das war Philipp Lahm. Das hat schon die erste abgekriegt. Und Raphael. Der Vertreter für einen Outler, das ist mal, weil er nicht fit ist. Und Contento. Ja, los, Nuri. Scheiße. Und das ist die Führung für die Bayern. Mann, so geht's. Scheiße, hast du das gesehen? Mein Innenverteidiger, der hat den Ball durchlassen. Pass auf. Da kommt der Pass von Ribery auf Contento. Und den hätte ich fast da blocken können, schön. Mit meiner Grätsche. Und dann da in der Mitte. Da sieht der andere behindert mich. Der war das. Der Kleine da. Der war der Götze, oder? Moment. Der ist nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Da bin ich. Da schön. Das ist doch Götze. Kann das sein. Schon, gell? Ein 19er. Und der hat meinen Innenverteidiger gestört. Das heißt, wir sind hinten. Ribery. Das ist ja der kleine Stirnfried. Na gut, wenn wir verlieren sollten, dann baut natürlich Bayern die Führung aus. Und dann baut. Auf fünf Punkte. Von Beuten. Von Beuten. Wieder von Beuten. Gelini. Und Götze auf Manzukic. Und Götze auf Manzukic. Und Götze auf Manzukic. Und Götze auf Manzukic. Und die können wir nicht reinstellen. Beklärt. Groß. Götze. Das war Götze. Wer liegt. Die Schnauze voll. Und Kemper, jawohl. Scheer. Immer noch Scheer. Und Konstparate. Es war auf jeden Fall der erste Torschuss von uns. Und Robben. War nix. Zu haumlos. Wer läuft mit? Was war denn das? Wie eine schlampige Flanke, gell? Kemper. Scheiße. Faulspiel, ha? Ja, das sei doch schön. Gegen Riverie sei doch das. Da bin ich hängen. Riverie. Content da. Und La Soga. Das war kein Abseits. Scheiße. Es gibt zumindest Ecke. Und gegen Van Bolten ist sogar La Soga schon Ecke. Wollt man gar nicht glauben. Ich mein Zug jetzt. Oh Gott, schön. Es war zum Glück Abseits. Gott sei Dank. Ansonsten glaube ich, wird das das 2-0 gewinnen. Ein Toni Kroos fackelt doch nicht lang. Oh, bleibe hängen. Manzukic. Götze. Und ein Robben. Jawohl, Konter. Chamberlain. Erster Späler. Was jetzt? Schiss drauf. Es gibt. Was gibt's jetzt? Ecke. Und die kommt. Ja, sie ist gut gekommen. Allerdings, der Abschluss von La Soga war zu habenlos. La Soga. Scheiße. Das war's Alu. Da hört der neue Kurschansbierkopf, gell? Der weiter meinigen Holt. Wieder ein neuer. Wo ist der schlampig Abwurf, gell? Die nächste Chance für Hamburg. Jetzt aber. Die dritte Ecke sitzt bei La F. Nicht ganz. Götze. Da braucht noch ein paar. Von Beuten. Zur Linie. Und Philipp Laum. Wie gefallen. Und dafür gibt's Freistoß. War nix. War gar nix. War nix. Abseits, ha? Mann schon. Na ja, gut. Ja, kommt da mal hin, ha? Fortes, gell? Schön. Gut gemacht. Gut gemacht. Und Campbell. Ja, Peter, schau zum Ausgleich. Campbell. Er macht's. Jawohl. Und das ist der Ausgleich. Campbell, der Engländer. Nach perfekten Konter. Das war der lange Bullen von Scheer auf Campbell. Und wie wir wissen, der ist schnell. Der kommt dann von Beuten nicht noch hin. Und neuer Schandenlos. Passend, oder? Perfekt zur Ende der ersten Halbzeit. Der Ausgleich. Das heißt, wir können in der zweiten Halbzeit die Abmacher. Ich bin echt am überlegen, ob ich das so gar nicht ausstelle, gell? Der ist ziemlich langsam. Das ist immer sein Problem. Bin noch mal her. Bring in Kati. Denn der Argentinier ist um einiges schneller. Manzukic. Vorsicht, Frau Robben. Und Manzukic. Probiert der Lotz. Und es rückelt. Scheiße. Kleiner Rempler. Da ist das groß. Von Xavi Garcia, bis sie auch noch nicht fängt. Der Spanier. Jetzt wollen die Schnauze. Vorsicht, Frau Robben. Das gibt mir eine Ecke. Jawohl. Das ist hier klärt. Scheiße. Jetzt kommt der genau auf den Fuß von Robben, schön. Und der stirbt ab. Jetzt haben wir die Ecke schon in den Schäf gehabt, gell? Schön. Da klebt Garcia. Aber da war der Fehler. Voll schön, Mann. Aber ein bisschen Pech und ein bisschen Glück dabei, gell? Beiden Seiten. Kämbe. Kämbe. Das war eigentlich anders gedacht. Ich wollte den Quirling. Und Chamberlain. Da bist du nicht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen härter zu Werke gehen. Respekt verschaffen. Und ein Wurf Bayern. Was macht denn der Silber? Und Kämbe. Aber ständig. Der ist jetzt fällig. Nicht uns. Der Späte Flanken auf dem Foketten Mann. Und Götze kommt zum Kopfball her. Gegen Cortes. Das darf normal nicht da sein. Und wieder kommt Robben zum Abschluss. Unsere Abwehr hoppert ein bisschen, gell? Wir kriegen den Bein in die gute Kontrolle. Ja, ja. Das war so der Fall. Und Icardi gegen Van Bouten. Jawohl, Icardi. Genau in die Hände von Neuer. Kommt er besser. Und gelb gegen Garcia, oder? Ranocchio. Es war Ranocchio. Der Verteidiger. Das ist mir. Jetzt muss ich. Muss ändern. Und zwar kommt er auf der rechten Seite. Campbell geht um. Und Andersson. Wird jetzt ins offensive Mittelhelge. Und da kommt jetzt Sissoko. Und Kemper. Icardi gegen Cilini. Es gibt Gelb gegen Andersson. Er hat gerade groß zur Strecke gebracht. Ja, mei. Internationale Härte. Heftig. Das war eine Notsituation. Wer kommt denn da? Pizarro. Und. Passt. Er passt. Eine perfekte Flanke. War es zwar nicht. Aber genau vor die Füße und Kemper. Der stoppt ab und macht seinen zweiten Treffer. Hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Das war die Flanke von Silbersche. Hätte ich gemeint, Andersson erwischten. Aber dann genau vor die Füße von Kemper. Ja, und das heißt, wir sind zurück im Rennen. Dann können wir wieder die Bayern jagen. Jetzt tue ich mal innen noch meinen Innenverteidiger raus. Gaut schon gelb. Aber bring ich Savic. Und Kapitän wird. Weiß nicht. Wer wird Kapitän? Ja, da. Ja. Ja. Immer der älteste. Und der fahrendste Mann. Und jetzt geht Ranocchi rüber. Es kommt Savic. Dieser Götze, gell? Warte mal ein paar. Ja, Pizarro. Knapp am rechten Fussel vorbei. Und Ikati. Immer noch die KD. Und. Andersum hat er fast den Schuss gemacht. Naja, den erwischte nicht. Es gibt irgendwo für uns. Vielleicht kriegen wir die ohne Schand noch zur Führung. Das war das auch. Kemper. Zizoko. Hat schon fast gewinnen. Und das ist bereits, glaube ich. Weiß nicht. Die dritte oder vierte Ecke für uns. Zu kurz gewesen. Bizarro. Der kommt nicht weit. Wow, Robben. Wow, ein Versehen. Tut mir leid. Gibt Geld gegen Quartes. Jawohl. Rinder Mund. Und. Xavi Garcia. Riccardi. Bleibt hänger. Es gibt. Ecke. Die dritte der Sache. Oh, Tor. Und. Einwur für uns. Die Bayern wackeln. Die mangst du uns. Anders an. Robben. Ja, das war Philipp Blum. Der hatte gerade weder. Nicht meine Schuld. Und. Und Gabe gegen. Wer war denn das? Mal spät auf der linken Seite. Der Silber, oder? Und Philipp Blum ist in Rente gegangen. So eben. Spontane Entscheidung. Ikadi Schüge. Gottes Willen. Der Triple wäre ein verrückter. Ikadi. Verlieren. Er pfeift noch nicht ab. Sisoko. Nehmen wir noch Sisoko. Chamberlain. Scheiße. Scheiße. Das war Götze. Und die Zeit läuft immer noch. Jetzt nicht mehr. Okay, er pfeift ab. Und zwar zum Glück für die Bayern. Und zwar zum Glück für die Bayern.